Also hier habe ich den durch den Berg gebaut. Das muss weg, das habe ich ab hier nur grob gebaut. Ja, die... Die sind halt die Steil, die führen jetzt vor einer Höhle, aber am geringen großen Wert. Das hier habe ich vergessen, eine Treppe hinzug bauen. Was war denn der Scheiß hier? Keine Treppen! Hä? Bomen runter! Das ist ein Hater, eine echte Simulation von einem Hater. Daumen runter! Okay. Und hier sind wir vor... Also hier kommen wir hin, wo wir vorhin waren. Diese Gabelung hier. Nicht wahr, Kuh? Wir werden beobachtet. Die Kuh beobachtet uns. Nein, um unser Leben. Schade, dass 1.8 mal hier draußen ist, dann hätte ich hier noch weiteres bauen können. 1.8 kommt ja erst am 8. glaube ich. Gut, ich bin mir wieder bei unserem Lagerhaus. Und jetzt fahren wir mit der Eisenbahn, die ich gebaut habe. Hier ist ein Lagerhaus, wieder von vorhin. Ok. Ok. Schauen wir mal. Oh! Oh! Und los! Nein! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Das war ich da! Jetzt! Ok, genießt die Fahrt. Die führt jetzt bis zum Lagerhaus. Und jetzt! Oh! Oh! Ich sag gar nichts mehr. Die hat es wirklich richtig. Aber hier habe ich einen blockiert. Wenn man da jetzt irre für fährt. Wenn man von... Mein Kart! Böser! 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 Mein Kart! Ok! Hoffentlich kommt da keine Viecher rein, weil das passiert mir immer, wenn ich da fahre, dass ich mir da Viecher rein fahre, äh laufen. Wieso ich hier eh muss. Weiche! Habe ich euch gesagt? Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt! Du versch... Nein! Dieb! Emo! Kuh! Geh weg! Wage es nicht mal! Nein! Ahir im Wald, den hab ich abgeholzt. Komplett. Also... Nur die... Stämme. Da, wo noch fliegende, sich Dinger sind, die es sich tut alles verbrennen, weil ich habe keine Lust, diese großen Bäume hier zu fällen. Allt! Wie lang braucht es denn, bis es gerendert ist, eh? Bis aufgebaut ist, die Landschaft? Bis es so weiter geht, laden wir noch in die Leere. Im Moment, Husten... hier habe ich nicht weiter gebaut kommt aber auch nee es wird nacht oder man sieht ja nicht was ich gebaut habe oder naja wir können ja kurz einen stop einlegen beim leuchtturm die machen wir kurz und stoppt ach die sonne geht unter und höhlt die welt in dunkelheit ich werde übrigens ein minecraft let's play alleine machen allerdings erst sehr viel später das heißt wenn ich die ganzen projekte die ich momentan laufen habe fertig habe kann ich endlich ein endlos projekt anfangen das war ein kopf das werde ich keine ahnung wie folge ich mache je nachdem ich lust habe wird wird aber nicht so gut wie das von gronk also gronk ist immer noch der beste minecraft nicht dass ihr denkt dass sie mit gronk konkurrieren wer will oder so nene das ist blödsinn gronk ist ein let's play gott wiss ich den wie so gut bin wie er dann ist chuck norris tot also der unbesiegbar ist naja hier wird es unterirdisch jetzt sind wir unter eine wüste seht ihr wahrscheinlich auch an den sandsteilen die sind hier sind jetzt kann ich nur hoffen dass es funktioniert ich habe das bis hierhin noch nie getestet ja es funktioniert hier sind wir im zombie haus und hier endet die fahrt und ok hier habe ich wieder das gleich gemacht wie in der im portal und dann sage ich sehen wir uns im oktober wieder beim nächsten let's show bis dann servus